Da sind wir wieder. Wir sind diesmal in Jallerheim, hier bei Garvin, weil der Weihnachtsstern ist verschwunden. Ich habe gehört, dass der Weihnachtsstern vom Baum geblasen wurde. Er wurde im ganzen Dorf herumgeweht. Du musst also überall suchen, da habe ich keine weiteren Hinweisung. Wenn du den Weihnachtsstern hier in Jallerheim gefunden hast, kannst du ihn wieder auf die Baumspitze setzen und mir dann Bescheid geben. So, dann suchen wir mal. Wo wurde er bloß hingeweht? Hier ist er. Da haben wir ihn gefunden. Der ist aber ganz schön weit geflogen. So, dann setzen wir den Sternchen auf das Bäumchen. Jetzt ist er wieder da oben da. Und dann geht's zurück. So, wir bekommen dann von Garvin noch zwei Fragmente wieder. Wo war er? Ah, okay. Aber jetzt sitzt er wieder auf der Baumkrone. Super, danke für die Hilfe und frohe Weihnachten. So, wir haben hier dann noch zwei Fragmente bekommen. Die tauschen wir jetzt mal eben schnell auch beim Weihnachtsmann sofort um. So. Dann haben wir hier wieder einen Weihnachtswunsch. Und das tauschen wir dann bei dem Beutelchen wieder um. So, diesmal haben wir eine Wintermütze im Blau. Eine coole Herbsthose. Okay, die hatten wir ja schon mal. Und ein hübsches Shirt. Aber das hatten wir, glaube ich, auch schon mal. So, jetzt will der alte Sack ja wieder nicht. Und falls der Sack dann das nächste Mal wieder will, dann seht ihr, was ich noch alles so bekommen habe. Bis dann!